Musik Willkommen bei TRANS17TV, euer TRANSAC für euch am Mic und willkommen bei VR-Luke, einem weiteren Game von VR-World VR-Luke Tour, jawohl Sollte es auch gleich losgehen, jawohl, meine Güte ist das ein Farbenmeer hier Steuern, Kopf neigen, oh, 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 das wird eine Herausforderung für mich wie man mir auch immer relativ schnell schlecht wird bei solchen Sachen aber ich versuche es trotzdem mal und ich wünsche euch viel Spaß dabei wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst einen Daumen da dann wollen wir mal sehen, dass wir hier nicht platt gefahren werden Teuflischer Ritt, das klingt gut Mach dich bereit Wow, krass Okay Wow, wow, wow Krass Die brauch ich eigentlich gar nicht, aber ich halte die trotzdem in der Hand Das ist ja mal abgefahren hier Wooh Oh, 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 oh Hey, hey Das ist daum nicht besser heute hier. Wir haben 110, 115 Stundenkilometer drauf. Jawoll! Alle hepp! Das ist aber mal echt ein teuflischer Ritt. Unter dem Auto durch! Das war knapp. Das war knapp. Ui! Oh! Da wäre ich aber schon ein paar Mal tot gewesen. Zum Glück verzeiht das Spiel hier einigermaßen viel. Heieieieiei! Das haben wir doch mal einigermaßen überstanden. Mach dich bereit. Fahrt 2 von 4. Achtung Gefahr! Okay. Oh! Nachtfahrt! Ist hier abgefahren. Los geht's! Na hoch! Hoop! Schön in die Kurve rein hier. Oh! 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 Das gefällt mir ein bisschen besser als das andere. Bisschen angenehmer für die Augen, wenn das dunkel ist. Nein! Oh! Das ist schon beeindruckend, hier die Karten, wie echt das alles aussieht. Absoluter Hammer! Schön hier! Eieieiei! Das war knapp! Huuuuh! Ja, eine Fahrt machen wir noch, würde ich sagen. Alle vier... Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Aber eine Fahrt machen wir noch. Mal sehen, was als nächstes kommt. Baustellenchaos. Ja, das kenne ich hier auch in meiner Stadt. Hier ist auch ständig Baustelle. Eine Stadt, die ständig Baustelle hat. Okay, los geht's. Achtzig, neunzig, hundert... Wir kriegen dann so ein Pfad mit auf. Und hier. Oh! Oh! Eieieieieieie! Nein! Oh! Okay, hier haben wir ein bisschen Stopp durch den Schotter. Da bin ich mal unterdurch. Oh, da wären wir tot gewesen. Da wäre nichts mehr von uns über. Heftigst, heftigst. Baustellen-Chaos haben wir nicht geschafft. Das ist auch nicht so schlimm. Alle anderen beiden haben wir abgeschlossen. Das ist in Ordnung. Ergebnis ist super. Finde ich gut für meine Verhältnisse, dass ich da doch immer sehr schnell Übelkeit erwarte. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen hier. VR-Luke, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben und ciao. Root. Ja. Ja. Vielen Dank.